Tag 16. Wie füllst du dein Leben? Ein berühmter Zeitmanagement-Professor gab eine Vorlesung zum Thema Zeitmanagement. Er brachte eine große Glasvase mit und lud die Studierenden ein, ihm bei einem Experiment zuzuschauen. Nach und nach befüllte er die Vase mit großen Steinen. Dann fragte er, ob die Glasvase voll sei, die Studierenden bejahten. Seid ihr sicher? fragte der Professor, holte aus seinem Pult einen Behälter voller Kieselsteine hervor und schüttete diese in die Vase. Die Kiesel fielen zwischen die großen Steine. Wieder fragte er, ob die Vase voll sei. Wahrscheinlich nicht, meinten manche. Danach holte der Professor Sand hervor und schüttete diesen in die Vase. Die Sandkörnchen verteilten sich zwischen die Steine und den Kies. Denkt ihr, jetzt ist die Vase voll? fragte der Professor erneut. Nein, riefen einige Studierende nun voller Überzeugung. Dann nahm der Professor eine Bierflasche und goss Bier über Steine, Kies und Sand und auch das Bier fand noch Platz in der Vase. Was meint ihr, was bedeutet das für euer Zeitmanagement? fragte nun der Professor. Vielleicht bedeutet es, dass man immer noch mehr schafft und in den Tag unterbringen kann, als man ursprünglich denkt? antwortete einer. Es bedeutet, dass ihr euer Leben zunächst mit den Dingen füllen solltet, die für euch wirklich wichtig sind. Die großen Steine stehen für eure Familie und Freunde, eure Gesundheit, die wirklich wichtigen Projekte und Träume in eurem Leben. Wenn ich zuerst den Sand oder Kies eingefüllt hätte, wäre die Vase schon gefüllt gewesen. Und die großen Steine hätten keinen Platz mehr gefunden. Der Kies steht für die Dinge und Themen, die auch wichtig sind. Eure Arbeit, euer Haus oder Auto. Der Sand steht für die vielen kleinen alltäglichen Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Die finden dann schon ihren Platz. Und das Bier, was bedeutet das? fragte einer nach. Auch wenn du richtig viel zu tun hast, sollte immer genügend Zeit sein, um sich mit seinen Freunden auf ein Bier zu treffen, sagte der Professor lachend. Welche sind die großen Steine in deinem Leben? Plane in deinem Leben diese großen Steine zuerst ein. Gib ihnen Priorität und schaffe ihnen Raum. Vadosedia Gewöhn Ausgür 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 Vielen Dank.